Willkommen zum nächsten Mal von Decatelia 2.2. Sandiger Strandsand. Sind mich verwirrende Namen schon mal? Oh, das sagt mir nix aus. Okay, wir wollen den Fass. Oh, das sagt mir nix aus. Okay, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich. Und jetzt, wenn ich es so einfach nur so gucken. Ah, das ist ja wirklich cool. Ja, das ist ja wirklich cool. Ich bin schon mal ein bisschen. 1, 2, 6, 7, 8, 8... 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 1... Halter наверное einfach, Monocapier. Was zum... Jesus.. Als ob ich... Wenn ich hätte sterbe... Ich hätte sterbe... Ich werde aggressiv sein, dass wir nicht so gut sein können. Ja, wieso... Hey! So! Hallo, wer wartet da? So! Ich komme! Der Rest ist klar. Kommt in die Haltung. Ah! Das war's. So! So, da sehen wir schon mal ein größer Teil. So! 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 Okay! So! 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 Was ist das Ziel? Nein, was? Oh, fünf zu drücken, was? Trotzdem bin ich verloren. Was? Da, lass mir mal aufs Box entscheiden, der dieses Mal hoffentlich etwas macht. Blut mag ja dicker als Wasser sein, aber bei Namens sind es noch dicker. Komm rein. Das war der kleine Schüssel. Und dann Squawks und Squawks und Squawks. Squawks und Squawks und Squawks. Kanonen sind recht empfindlich. Die leichteste Schätron kann sie aktivieren. Sieh zu, dass du allen die Lichter austraubelst. Mal schauen, wir haben sie mal als Squawks. Oh, wie schönste. Was geht? Okay, mein Lieber. Jetzt macht bitte irgendein Geräusch. Geht! Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh.